Peter, find's halt witzig mit der Lava. Alter, wie hoch hat Jaden bitte gebaut? Ich war da nicht, du, Bob. Wenn ich das mach, dann wirst du das merken. Okay, Sepp. Damit ist der Krieg zwischen uns dann wohl auch eröffnet. Hey, 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 bitte, kurz in Richtung zu Peter. Ich muss da mich bei den zwei Kürpflöten lassen. Peter, ein Mann, ein, wo ich hingucke. Dennis, komm mal kurz, ich brauch deine Hilfe. Wobei? Wie kriege ich hier jetzt das Ding am Laufen? Du kennst dich doch ein bisschen aus mit so... Da musst du Redzone nebenstellen. Ja, hier. Mit einem Schalter einfach. So, jetzt ist das an. Achso, Moment. Hast du mal kurz so eine Schiene für mich? Dann kann ich dir mal kurz sagen, wie ich das bauen würde. Also so eine, die sie... So was, oder was, oder was, oder so was. So, ne, genau, der zweite. Also ich würde das folgendermaßen bauen. Hast du noch irgendwie Platz? Ja, ich hab auch Zeug dabei. Ich würde den Schalter quasi... Mensch, wenn du... Machst du euch die Fackeln oder was auch immer weg? Also quasi hier so an die Wand den Schalter machen. Hast du dich jetzt tatsächlich verpisst, ohne das wieder wegzumachen? Quasi hier immer die... Hier auf die Schräge genau die Karre stellen. Ja. Und den Schalter dann halt hier an die Wand auch machen. Einfach. Aber dann muss ich dann irgendwo diese Redstone Fackeln noch in der Schalter. Wenn dann direkt an der Schalter ist, das reicht das. Das dann geht er drückt an. Du musst halt nur auf dem Weg, musst du die Redstone fackeln. Und so wie hier. Hier muss eine Nebenstellen. Entweder auf die eine Seite oder auf die andere. Ja. Sag mal, wie bohrt ihr denn dann Eisentüren... Hammer stressig. Hey, Jell, warum ist ja eigentlich für mich Wasser drin? Wo ist da Wasser drin? Wenig. Die Eisentüren sind voll stressig, dass die genau richtig aufgehen. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Das ist ja. Ja, weil dir die Holztürn ja immer kaputt gekloppt werden, wenn man da rauskommt. Stimmt. Wer hat denn hier so ein Wasser... Wer hat denn hier so ein Eimer dabei? Sepp. Ja, nur weil ich ihn einmal habe, bin ich ja alles... Bin ich ja alle schuld. Kommt das denn einfach... Kann man den einfach klauen? Ne, das ist dann vierer und endlich Becken, oder nicht? Wow! Nein, jetzt komm ich nicht mehr raus. Ja, Dennis stirbt. Ja, und Spaß, ich komm da echt nicht mehr raus. Wer hat das Wasser da weg gemacht? Wer hat das ab, da, da! Alles klar, also irgendwann wird es hier nicht mehr witzig. Sepp. Sepp kann das nur gewesen sein, weil... Ja, weil ihr alle neben mir standen, das ist auf jeden Fall. Dennis hat mir da gerade erklärt, du Affe. Du bist der Einzige, der hier Scheiße baut. Hä, ich war doch oben in deinem Turm, du Arsch. Ja, und du hast hier Lava bei mir ausgeschüttet. Ja. Das ist schon sehr verdächtig. Auf jeden Fall. Und zufällig ist dein Eimer Wasser wahrscheinlich... Irgendwie glaube ich doch, dass Dennis das war. Nein, mein Lehrer einmal ist das war. Dennis hat mir gerade... Dennis hat mir gerade erklärt, wie das funktioniert. Ne, ich glaube, dass Dennis das mit der Lava hier war. Du kannst bei mir gerne rund ums Haus gucken, da gibt es nirgendwo einen Plätzchen, wo es Lava gibt. Den Posten gibt es. Okay, dann kenne ich den aber nicht. Doch, den kennst du. Ah, doch, den kenne ich doch. Stimmt, aber der ist mega weit weg. Stimmt, den kenne ich ja doch. Ja, den kenne ich ja doch. Nach Hadi. Ach, bei mir gucken, komm, da gibt es nirgendwo Lava. Ja, bei mir, nein, der gibt wirklich keine Lava, da muss noch ein gutes Stück laufen. Also, ich bin ja echt, das ist wie Stuedo. Ich bin ohne Scheiß, ich weiß nicht, wer jetzt trollt. Bestimmt war Hadi das. Eigentlich trollen wir uns alle untereinander. Schalt, die ganze Scheiß-Lava hier, ey, ihr seid doch echt behindert. Also, ich war definitiv diesmal nicht. Ich auch nicht. Ach, ich hab deine Redstone-Fackel noch. Und Christian lacht sich im Hintergrund einen ab. Danke. Du warst halt auch nicht, Christian. Ich versuch's halt immer noch mit den Scheiß... Hammergeil, Christian, hast du gut gemacht. Ja, sag dir mal mit dem Einmal. Und Christian war das nicht. Ja, das war Sepp. Natürlich war das Sepp. Der wird seine Rechnung dafür auch kriegen. Ja, am Arsch. Das ist doch eine Hau hier. Unschuldig Leute beschuldigen. Also, ich weiß irgendwie gar nicht mal so unschuldig. Es kann nur... Sepp oder deine Mama gewesen sein. Sepp oder... Ja, deine Mama ist... Hm. Das kann nur Sepp gewesen sein oder Dennis. Und Dennis hat mir das gerade erklärt. Ja, und ich war oben auf deinem Haus drauf. Ja, auf deinem Haufen. Ja, du mich auch. Ich hab mich im Zilz echt mal, wo Peter ist, damit ich da die zwei Kühe holen kann. Äh, lass dir das von den anderen erklären. Da müsste eigentlich so ein Zaungebilde stehen, wo die Dinger drin sind. Draußen? Ja. Nein! Müsste eigentlich sogar ziemlich offensichtlich da rumstehen. Da steckt sich denn der Peter? Ah, hier ist ne Fackel. Ah, hier ist das von den Fackel? Peter, deine Tiere werden alle draußen rum. Ja, jetzt hat die wahrscheinlich das Tor kaputt gemacht. Ich halte mich diesmal da raus. Ja, ja, ist klar. Ich halte mich diesmal da raus. Fick dich, Junge. Ich halte mich diesmal da raus. Das lasse ich mir nicht in die Schuhe schieben. Alles klar, Jay, du kleine Hure. Ja, jetzt bin ich jetzt schuld. Aber der die ganze, die am Bauen ist, oder was? Ja, aber was komisch ist, dass er wieder vor Ort ist. Ja, also... Ja, das glaube ich nicht, dass er das war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich muss das, wenn die über... Leute, die ganze Zeit, die ganze Sonne sind abgebaut. Ja, ich hab... Nein, nur einer doch. Am Arsch nur einer, ich bin 1, 2, 3 Stück. Ach, doch, mehrere. Doch, mehrere. Ja, wie gesagt, ich halte mich da auf jeden Fall raus. War geil. Aber ich hab sogar Zaun dabei. Da vorne ist... Hier ist das Türchen. Aber ich hab leider keinen... Doch, ich hab 3 Zähne dabei. Ich hab auch zufällig Zaun dabei. Ja, 15 Stück sogar. Oh mein Gott, der Zwist ist unerrat groß, ey. Guck mal, jetzt kann ich dir doch alle nachmachen, ne? Ja, lock dir am besten jetzt alle da raus. Ja, ich hab doch alle Tiere aus dem Ding rausgelockt. Warum hast du das denn gemacht? Ja, natürlich, weil... Wie soll ich die denn draußen sonst wieder reinkriegen, du Wurst? Ich glaube, ich muss mir das echt mal reinziehen gehen, weil das für eine Scheiße... Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Geil, die Kühe stehen jetzt nebeneinander und kommen hier nicht rein, weil die zu sitzen. Oh mein Gott, ey, ich sehe das schon komponente. Ja, warum haust du die denn jetzt? Okay, jeder trollt hier jeden, ohne Scheiße. Dann ist das aber... Mach mal bitte den Eingang größer, die kommen hier nicht rein. Wie macht den Eingang größer? Ja, die Kühe stehen sich die gegenseitig im Weg. Wie soll ich den Eingang größer machen? Mach doch der Silber größer. Ah ne, jetzt kommen sie rein. Jeder trollt hier jeden. Ich hasse. Ja, hasse. Jetzt renn die wieder bei dir rum. Ich schieb die gerade rein, so, Tür zu. Jetzt komm ich nicht mehr raus. Ja. Was, ich soll Lava hier ausfüllen. Hast du noch welche dabei, sagst du? Ja, klar. Ah, so ganz zufällig, Sepfer. Oh Mann, da werde ich mich rechenfüllen. Okay, der Väter hat nur zwei Kühe noch, der Rest ist irgendwie abgehauen. Aber drei Schweine. Aber er hatte dann immer nur zwei Kühe. Ja, also dann kriegt man wieder auch keine Kühe. Also muss ich mir tatsächlich welche suchen. Ja, lass sie doch flicken, dann hol die Kühe. Ja, dann, genau, dann lass sie. Ja, ja, aber ich kann jetzt nicht ganz anders stehen, daneben stehen bleiben. Mega-bums. Hat Christian noch auch gemacht. Ja, und? Wenn Christoph von der Nilsbrücke schwimmen möchte ich auch nicht. Nicht? Von der Nilsbrücke, wie süß. Ja, von den Tor. Vielleicht noch, da würde ich sogar noch unterspringen. Nee, nicht. Der Wasser ist ... Habt ihr denn schon Tiere hier? Also, H, D und C? Nö. Dennis, soll ich so Melonen haben? Ja, aber da müsste ich jetzt wieder bis zu dir laufen. Du weißt doch, Dennis, Sachen wie Wolle und so besorge ich mir auf einem anderen Weg. Über Peter? Nee, einfach ausborgen. Oder mir einfach bei anderen Leuten farmen. Ui, 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 ey. Was macht Peter da? Das ist der Hammer. Peter hat nix drauf. Doch irgendwas macht er auf jeden Fall. Ich bin so gespannt. Peter, kriegen wir das denn heute noch erlebt? Ja, das weiß ich noch nicht. Oh, viel Hürde, ey. Ohne Scheiß. Aber ich kann mir gut vorstellen. Jetzt muss ich danach wieder zwei Wochen warten, bis wir dann die nächste Session nehmen. Das ist voll öde. Ja, ich glaub nicht zaubern. Alter, hast du mich erstreckt, Junge. Alter, wie fett die Lava überall bauen. Also, Hardys hört eher aus, wie noch so'n, weiß ich nicht, Kacktempo, wo mir die Hälfte an Sand fehlt. What? Eigentlich gibt's immer die einfach hier mal die Lava.